Herzlich willkommen Leute zu Let's Play Minecraft Entweder-Map mit Sveste. Wir haben die Challenge geschafft und sind bei der Bonus-Challenge. Jetzt kannst du noch mal Hallo sagen. Ich hab noch nicht gehört. Hallo. Und ja, die ist ziemlich, ziemlich schwer. Alter! Oh du Huch. Boah, ey, das wüsste, das wüsste krass. Ziemlich, ziemlich schwer. Boah, ich war so, ich war so krass. Boah, boah, das wüsste krass. Oha, oha, du warst auf dem zweiten Block. Du warst genau hier, wo ich war. Ich war so krass. Ich war bis dahinten. Ich hab dich ja drüber gebockt. Nein! Boah, nee. Okay. Nein! 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 Wie hab ich das gefahren? Ich bin auf einmal im Wasser gesprungen. Natürlich, das geht doch. Ah! Fuck. Nein! Ja, da verkack ich auch immer. Jetzt... Ja, okay, gerade nicht, aber... Nein! Fuck. Fuck! Alter, wie ich mich da immer wieder erschrecke. Ich glaube, da muss man echt... Da darf man echt nicht anhalten, glaube ich. Man darf echt nicht anhalten, da. Alter! Ah! Ah! Fuck! Ach, Mann! Nein! Wie dann halt, äh, Formsflasche entgegen kam. Boah, du bist so ein Spasti, ne? Alter, weißt du das eigentlich? Boah, Mann! Boah! Warte, das wirst du mir büßen, ey, Alter. Das wirst du sowas von büßen, ey! Boah, Alter! Das wirst du so garantiert büßen, ey! Boah, bei der nächsten Challenge... Du kannst ja die ganze Zeit da warten und ich die ganze Zeit da runterklaue. Scheiße! Ne, ich... Ohne Witz, ich... Ich werde das bei der nächsten Challenge so runterkicken, Alter. Dass du die Lust an diesem Spiel verlierst. Für alle... Für alle Zeiten einfach nur, ey! Na, dann war das die, äh... Letzte Adventure mit dem Spiel... Ah, okay. Ne, dann mach ich mal alleine dieses Konzept weiter. Ficken, ey! Mann! Komm, wir werden schon warten, Alter. Ficken! Nein! Okay, Sven, ich hab ne Idee. Wir arbeiten Teamwork zusammen. Ich schlag dich gleich da rüber, okay? Warte an dem Wasser... Warte an dem Wasser... Oh, le... Warte an dem Wasser, okay? Okay... Ich schwöre es dir... Damit du das schaffst, okay? Damit du... Damit du... Du musst mich... Nein, nein, nein! Ich schwöre es dir... Du musst aber dabei schwimmen, okay? Und im richtigen Moment schlag ich dich rüber. Okay? Hier, dann wechseln wir uns ab. Oh, man! Boah, man... Warte... Du musst kurz warten, bis ich, äh... Komme... Also, ach, zu dir... Ich versuch das zu machen. Ficken, ey. Ich halte mal an. Das ist nicht gut. Warum wird immer das scharfe S bei mir durch ein... Männliches, äh... Dingens ersetzt? Weil ich... Ich hab's auch fest, ey. Was ist das denn, ey? Boah, ohne Witz, ne? Bis ich zu dir komme, das dauert's noch ein bisschen... Das ist doch ein Witz. Ich hab's doch immer geschafft. Warum jetzt nicht? Ah, Moment! Du musst dich noch... Ja! Ja, okay. Ja... Geil, ey. Die macht es gerade nicht mit mir. Warum hab ich Inkssex? Ach, ja. Okay, okay, okay. Ich bin hier rüber. Du musst schwimmen. Okay, drei... Drei... Zwei... Eins! Okay, okay, okay. Ich warte hier. Das ist aber voll scheiße. Weißt du, was ich meine? Nee, komm. Du brauchst dich gar nicht rüber zu schlagen. Weil dann muss der andere es ja ganz alleine versuchen. Und das würde ihm ja nix bringen, oder? Lassen wir's lieber, oder? Komm, mach das jetzt. Mach das jetzt. Nein! Loi. Ach so. Nein! Das geht doch gar nicht weiter. Warte mal kurz, mein kleiner Bruder ist hier. Hier, hier! Hier, hier! Hier, hier! Nein! Ach du, bitte. Das ist schon. Das ist niemand. Ach so. Geschafft. Echt jetzt? Nein! Einfach so? Oder... Bist du eigentlich drin geblieben? Soll ich dir den Trick sagen? Ja, sag mal. Du musst von... Pass auf. Von dem Oberen jetzt. Da wo du jetzt bist. Ach... Sorry! Das tut mir leid! Das tut mir jetzt echt leid! Ich wollte... Du darfst hinfliegen. Ich war am Checkpoint. Ich war am Checkpoint. Ich hab mich hingelegt. Du musst von da oben... Anlauf nehmen und direkt springen. Von... Eier! Bevor du nach unten kommst. Ja, Siggi! Boah ey, das war ein... Das ist aber ein guter Tipp. Ohne Witz. So, aufstehen. Ach so, ich bock. Mist. Du weißt schon, wir müssen nach hier springen. Neben dir links der Block. Hier steht extra noch ein Schild. Jump over these all. Land hier. Los, Sven! Ja, steht doch. Man muss doch was machen. Dann kann man sch... Das geht doch. Ja, stimmt aber... Nein, das geht nicht. Ja, deswegen ja. Was ist das? Mach mal von neu hier. Wie mach ich das jetzt am besten? Okay. Super. Nein! Oh Mann. Nein! Ah, danke. Okay. Wie mach ich das denn jetzt am besten? Gerade springen... Wasser. Geh runter, Sven! Bäh! Das ist schon kompliziert. Ich trink mal kurz das, Leute. Ah, fuck! Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ey, danach... Wenn wir das hier geschafft haben, musst du die Command-Blöcke leider noch mal anmachen. Hm, wie mach ich das denn jetzt? Glaubst du, von den Betten aus? Ja ich hab versucht mit ein Doppel-jump aber da springst du ins Netz rein Wie mache ich das denn jetzt боatert ? Warte Apaa..Nee das bringt überhaupt nix DAS aber NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEijke Was das gemacht Auf jeden Fall kann man's schaffen Ah! Mami! Jungs, was ich hier für... Throw-Tick raus, Alter! Shift at the edge of a block to find the one spot from which you can jump to the next block from it. May take a bit. Hallo, Sven. Shift at the edge of block... Ach so, okay, ich verstehe. Oh, Alter, ich verstehe. Ich würde so gerne wegflatschen, ne? Ja, das würde ich auch gerne, aber ich mache es nicht. Oh, leih. Ah! Dieser Punkt meinen die, oder was? Okay, warte. Das ist dieser Punkt. Aber wenn du da loslässt, hältst du doch runter. Warte, ne, warte. Hier gibt es extra so einen Punkt an der Seite, wo du dich so schön frei... Blei. Fuck. Nicht so geil. Neeiiiin. SPRINTBUG, DU HOMO! Warum machst du das? Komm, am Anfang! Spaß, die Ende. Ja, okay, wir wissen ja jetzt, wie es geht. Sven? Ach, du bist gar nicht runtergefallen. Komm, wer da jetzt kommt. Wuh, alles Gute kommt von oben! Ey, leih. Das ist doch ein Witz. Das ist doch einfach eine Witz. Okay, ich stelle jetzt auf zu trauen. Ohne Witz. Ich verliere jedes Mal. Das gibt einfach keinen Sinn, ey. Nein! Fuck. Das ist die letzte Challenge übrigens, ne? Aber, ne, nicht die letzte. Das ist, glaube ich, die vorletzte. Danach kommt nämlich noch eine, aber dafür muss ich die Command-Blöcke wieder anmachen, ne? Okay. Weil... Weil... Oh leih. Weil, äh... Der portiert uns zu ner bestimmten Stelle, glaube ich. Hallo, Eren! Boah, bitte Sven, Alter. Ach, geil, ey. Okay. Ey, ich hab dich extra noch tiefer reingeschlagen. Oh, wenn ich jetzt eh raus... Nein, warte, ich will ja nicht raus. Sven! Komm schon, spring! Spring! Ja, Alter. Ja! Nein, jetzt bin ich in den Chat gegangen! You can jump to the next block from, äh, from... Ach, ach so. Leih, wie soll ich mir das denn machen, ey? Ah! Oh, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's eigentlich... Ich glaube, ich hab's! Warte... Gehen wir mal hier hin... Meinst du von da ganz vorne? Ja, das glaube ich schon, ja. Na, hab ich schon probiert. Oder bring jetzt nicht von hier. Oder ich hatte nen Info, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Fuck, wie sollen wir das denn machen, ey? Leih. Jetzt aber schnell. Okay, shift at the edge of the block to find the one spot from which... ...you can jump to the next block from it. May take a bit. Vor allem, du musst dreimal so'n Sprung machen. Das stimmt. Kann man da nicht irgendwie rüberspringen oder so? Tatsache. Vielleicht kann man da wirklich rüberspringen. Ich versuch mal ohne Witz rüber zu springen. Versuche ist es wert, komm. Okay. Boah! Warum schaff ich den? Nee! Machst du? Ich hab gerade versucht rüber zu springen, aber... ...ich bleib von oben dann einfach hängen. Ich bleib von oben dann einfach hängen. Das ist jetzt die Frage. Vielleicht kann ich einfach da runter gehen und dann... ...ja, das... ...das hab ich zu wenig Geschwindigkeit für. Ah! Doch! Klappt! Okay. Ich empfehle dir rüber zu springen über das erste. Anlauf zu nehmen von hinten. Rüber zu springen. Und dann bei den anderen Sprint einfach. Und dann einfach nach vorne. Dann sag mir jetzt, ob das funktioniert. Ich hab... Also bei mir hat's geklappt. Na, ich mein jetzt. Warte, ich kann gerade nicht... Ob du auf der ganze rüber kommst. Ich muss gerade... Ich muss gerade sprinten, alter. Sonst klappt das nicht. Yeah! Okay, das stimmt. Okay, also über den ersten rüber zu springen, ne? Ja. Über den ersten... So weit wie möglich. Ja, siehste? Und jetzt einfach nur geradeaus gehen. Einfach nur sprinten, geradeaus gehen. Doppel W oder SDRG und sprinten. Und einfach nur geradeaus gehen. Ganz halt. Und dann landest du irgendwann aufs nächste Spinnennetz einfach. Lol. Hä? Okay. Hast du geschiftet? Ich hab nicht geschiftet, nein. Ich bin einfach nur, äh... ...gegangen. Ups. Oh, Game Mode. Unbox mich dann raus, wenn ich in den Spinnennetz gehen werde. Das sieht nicht aus. Game Mode 1. Oder Creative. Okay. So. Ups. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey! Oh leih. Oh leih. Sorry, bei mir lags gerade deswegen. Schon wieder. So weit wie möglich, es geht hinten. Warte. Oh, Scheß dann. Echt du schon so... Leih. Okay. Ja komm Scheß dann. Die Schilder nerven eh, Alter. Sorry. Na warum? Du springst viel zu früh ab. Du... Warte. Aber ich geb dir den Tipp. Spring. Wo ich dir jetzt die Pilzkuh platziere. Da ab. Blei. Ist das wegen der Pilzkuh? Ja. Okay, sorry. Das wollte ich nicht. Also da wo die Pilzkuh stand, von da sollst du am besten abspringen. So, eigentlich... Wo? Äh... Von... Von diesem Block hier. Ups. Warte, da machen wir einfach mal. Schnell 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 hin. Ja. Von da sollst du am besten abspringen. So, danach mach ich die Command-Blocke an. Ich öffne schon mal Internetseite Nitrado. Ihr würdet jetzt eh Svengarten im Hintergrund sehen, von daher... Ach, Scheiße. Wird sich das noch mit ne Folge Ende auszögern. Oh, Weapon-Interface... Ach, fuck. Dafür muss ich den Server restarten. Nein, das machen wir dann. Ah, Sven. Jetzt erstmal ganz auf dem Boden warten. Und dann Doppel-W und dann bin ich einfach nur... ...gesprintet. Siehste? Und das musst du jetzt hier auch. Nur hier einfach. Doppel-W ganze Zeit. Ganze Zeit durchdrücken. Doppel-W. Und dann, ähm... Wenn du beim letzten Spinnen bist, ein bisschen nach links gehen so. Beim Spinnen jetzt. Oh, hab ich's gemacht. Aber weiter Doppel-W drücken. Ah, geschafft. So, Leute. Damit beenden wir diese Folge zwar 40 Sekunden vorher. Aber dafür mussten wir den Server restarten und die Command-Blocke anmachen. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder in der nächsten Folge. Ciao. Peace. Peace.